Tag auch und willkommen zu Let's Play Mario Party 3 Together. Wir spielen zu viert, deswegen habe ich meine drei Freunde eingeladen, Adrian, Marcel und Alex, beziehungsweise Miss Minipony, so wie ihren Hund. Leider ist auch hier wie bei Mario Party 1 und 2 die Tonqualität nicht gerade das gelbe vom Ei. Das Studiomikrofon steht halt zwischen uns, wir haben ein bisschen Halle mit drin und kommen da ab und zu mal gegen. Ich muss mir da unbedingt für die Zukunft, wenn wir sowas wiederholen sollten, mal eine bessere Lösung einfallen lassen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Hier ist Nira während des Spiels wahrscheinlich Hufi genannt und die anderen drei dürfen sich auch noch mal vorstellen. Und bitte. Miss Minipony. Yo, 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 der Mann aus Albuquerque. Okay. Und der Haba. Ich möchte aber auch, dass du die ganze Folge über dich zersprichst dann. Natürlich. Sehr schön. Valuccia. Valucci heißt das. Valucci. Valucci. Okay, ich zeige euch nun den ersten Stern. Da ist der behinderte Stein wieder. Ja. Oh, der kommt traurig. Mindly challenged. Ja, oh. Oh, ich will ihn knuddeln. Der hat einen Würfel auf dem Kopf, den knuddelt man nicht. Was hat das eigentlich mit Grusel zu tun? So muss sich das Spiel gerade nicht aus. Vor allem mit der pinken Schrift. Peach. Peach. Ja, mein Gott. Peach. Peach. Peach brauche. Bin ich so schnell. Solide. Das war erst mal hier. Bank bist du wieder am Start? Ja, das war. Direkt am Start, ey. Okay, da können wir auch nicht mit den so ins Krieg, ne? So. Ich kann eventuell nochmal bloß drin. War die Grafik wieder besser geworden? Ich glaube ja. Item Game. Achso, Item Game. Oh, Spannung. Ballon und Poker. Und wenigstens nicht immer das gleiche Item-Karussell. Diesmal kann man eine Auswahl tätigen. Okay. So, mit Pausenbildschirm. Habt ihr das gesehen? Äh, schieße den Pfeil so ab, dass du ein Item triffst. Ah, schießen, beobachte Libanons und Start. Ah, es gibt ein Bowser-Telefon, seht ihr schon. Start. Es gibt ein Bowser-Telefon? Ja, das zweite von rechts, das ist ein Bowser-Telefon. Witzig, einer sagt Bowser, der nächste sagt Bowser. Wie hast du ihn genannt? Bowser. Nee, schlecht. Guter Start. Astreie. Astreie. Also, das hat, glaube ich, mal einen Applaus verdient. Auf jeden Fall. Danke, danke, danke. So wollen wir das Freitag nehmen. Oh, mit dem. Ey, ich war natürlich gehandicapt. DK am Start, Mann. Was geht, Biatches? Das konnte ich nur mit einer Hand machen. Voller Kommentator. Du hast auch einen YouTube-Kanal, glaube ich. Ja, mach ich auch. Johnny Winkler ist am Start. Johnny Winkler. Ich verlinke dich doch noch gerne hier. Ja, machen wir. Gut. Und zu guter Letzt. Na, bitte. Ja, mach hin. Ich habe gleich eh eine 2. Das glaube ich nicht. Einfach immer eins da an. Kann ich jetzt ein bisschen über mich rüber gesprochen? Ich frage mich auch, ob man überhaupt durch kann. Ich probiere es jetzt mal aus. Macht das überhaupt Sinn? Ich brauche jetzt mal die Karte. Die Karte ist, äh... Der Stern ist irgendwo oben rechts. Müssen wir dann rechts hier lang eiern? Ne, der Stern ist da oben. Dann muss man hier wieder runterlaufen. Dann kreise man da langlaufen. Achso, und hier dann da rüber. Oder wie? Wie ist denn der Stern? Oben rechts. Du warst schon da eben. Rechts, 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 rechts. Da, der ist hinter diesem Block da. Da. Rechts. Alter. Ist die Frage, ob man da durchkommt bei den Behinderten. Ich glaube nicht. Ich konnte jetzt langkommen. Vielleicht muss man zahlen, um durchzukommen. Skelett-Schlitter. Alles klar. Super. Noi. Ja, mach mit. Na? Hi, Schaukel. Interessantes Brutgel. Ja, sag ich ja. Wir haben ein paar Augenbildschirme eingebaut. Der Wahnsinn. Hüpfe voller Schaukel und lande auf einem Fass. Dann erhältst du ein Item. Ah, spring. Du wirst baden und leer ausgehen, wenn du die Versange fehlst. Na dann. Wieso kriegst du so ein einfaches Minigame? Pass mal auf. Okay. Ja, wie soll man das denn nicht hinkriegen? Wer der kriegt denn dazwischen? Noi. Hä? Ich hab gesehen, wie das geht. Was ist das ein Stinkpilz? Ich glaube, so ein Langsampilz ist. Ja, das kann so ein Gefühl, wenn du ein, zwei Fehler machen willst. Kommt doch, ich hab was. Kann man hier jetzt drei Items live haben? Äh, weiß ich nicht genau. Coole Frage. Oh, Spannung pur. Lawinen, Schlawiner. Schlawiner. Das gute alte Rock, kein Mann. Drücke wiederholt B, um einen Schneeball zu bauen. Da wollte ich ihn, bis er groß genug ist und drücke A, um die Gegner zu treffen. Geil. Übe noch dieses Minispiel. Da muss eigentlich die, ach da. Bewegen, Schneeball drücken, Schneeball loslassen, wiederholt Ball rollen. Alles krank. Verstand ich nicht. P-Man. Kommt, nein, liegt nicht, ganz kabel. Ach, soll ich jetzt mal? Ach so. Ich überrollen, oder was? So, Nummer eins. Ich hab nicht nur mitgekriegt, wie ich einen Ball zusammengerollt kriege. Danke. Junge, stimmt nicht. Ja, ist früher nicht viel. Dann ist er nicht druntergefuhren, oder irgendwas. Ich hab mich den Peach weggekriegt. Ja, der muss groß genug sein. So wie der hier. Na toll. Na toll. Schmuck. So, Bier, tschüss. Geht ab. Mhm. Piech ist gerade noch beschäftigt, Susi zu streichen. Piech ist am rumschmusen. Da kann man da jetzt durch. Piech ist am schmusen. Oh. Dafür brauchst du einen Giftpilz. Warum einen Giftpilz, um da durchzukommen? Echt? Das ist ja seltsam. Scheiße. Der ganze Block ist seltsam. Der behindert halt, ne? Tja. Oh, Schade. Juni! Ja, nicht schnell. Wahnsinn. Nicht so schnell. Wahnsinn. Guck mal, ich glaub, man kann drei Items haben, weil da oben ist jetzt so ne Leiste. Ja, stimmt. Wo man die hinpackt. Du hast nen Giftpilz. Seit Zeit, dass ich nie aufstehe, ich geh über die Wurme. Tatsächlich. Gefühlt. Verrückt. Ja, so, jetzt läuft jemand mir vorbei und holt den Stern, oder was? Ich hab nicht immer das Geld, warum mach ich das denn? Adel verpflichtet. Verdammte Angst. Na toll. So, ich bin hier immer auf das Tool da. Oder hier durch. Na, was war? Oh, der Kopf ist nicht mehr so eckig. Ne, nicht mehr ganz, hast du recht. Yo, wir kommen zum Glücksspiel. Ja, wir können das noch hin. Ungeahnt im Glück. Ja, jetzt raus. Wer gibt etwas her? Das ist ja voll mies. Was? Mir geht's nix so holen. Nein. Du musst Münzen, bitte. Okay. Oh. Ja, genau. Bitte ich wieder. Ich guck mal auf den Fallen. Oh, nice, nice. Bisschen Geld des Wahnsinns. So sollte das nicht laufen. Danke für die Spende. Ich hab nur elf. Der Arne braucht das Geld. Na toll. Taxe, meine Freunde. Raumtaxe. Die gute. So, jetzt können wir Adrian mal rein auf die Fresse hauen. Ja, ich bin's rum. Hammer bitte. Fischlinger. Fischlinger. Hammer bitte. Hammer bitte. Boi. Äh, der Müffel da mit der Finger. Muss er uns angeln? Ich glaube, ja. Fange die drei ein. Die zu Fischenboden. Sind alle geschnappt, gewinnt der Einzelspieler. Piech. Äh, links, rechts zielen. Runter Distanz justieren A. Wurf der Zauberhand. Zauberhand. Richtung schlagen und paddeln. Na dann. Du kannst Zauberhand nach dem Wurf noch etwas bewegen. Läuft. Hm. Das sieht jetzt wie genau aus. Oh, guck mir vor den Yoshi-Fisch an. Der ist witzig. Das ist ein Traum. Ein Yoshi-Fisch. Ich schwind mal lieber weg. Na dann. Oh, das ist knapp. Raum. Voll nicht fair. Kommen wir klar? Ich habe wieder das gleiche Problem. Mache doch auf. Kein Witz. Nochmal von vorne. Na. Was soll das denn? Nein, 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 nein. Verdammt, Rax. Oh. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine schwimmende Kackwurst. Warum das Ding? Ja, stell dich da hin, wo ich dich nicht erwischen kann. Danke. Ja, Cloth. Ja, ich. Finish. 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 Bingo. Ich finde das sehr frustrierend. Willst du nochmal neu starten? Ja, ich weiß nicht, wieso der hat halt immer nach rechts gezogen. Aber das ist doch nicht bei allen spielen, so, oder? Weil zum Beispiel dieses Kugel, wo wir immer die Kugel gegen geballert haben, dann hättest du das auch merken können. Ja, da war ja auch nichts. Aber bei dem zum Beispiel beim Bilderzahn, bei zwei war das so. Ja, wollen wir nochmal von vorne jetzt, oder was? Dann wenn jetzt. Nein, passt schon, passt schon, passt schon. Wie ist das auch manchmal, das ist, das ist merkwürdig. Kann ja mehr die sein. Komisch. Möchtest du nochmal aufgehöriger werden? Ja, bitte nicht vom extraen Wörter. Kennst du mich doch. Ja, ja. Los im Running. Items. Äh, was? Baby-Bowser's Tausch-Burro. Skeletches und Nice Gifted. Das macht Baby-Bowser jetzt? Ich glaube, teils, teils. Bowser-Anzug. Ach so, weil eben Chris in einer anderen Reitung sagt, der Top-Busch an. Ja, ich glaube, ja. Und günstiger, glaube ich. Günstiger? Ja. Was ist ein Bowser-Anzug? Ach so, ich glaube, wenn du dann würfelst und alle, die du überrennst, von ihm, musst du dann Münzen. Genau. Telekaufsorg, geil. Auf, tu, ich glaube, der ist gegen das. Da, Bowser-Handy. Bowser-Handy. Geiste Glocke. Wo ist denn los? Da, das ist alles gar nicht im Laden. Was willst du wissen? Bowser-Anzug, da. Witzig. Siehst du, wie ich gesagt habe. Ja genau, wenn du hinter jemandem stehst und dann einen Bowser-Anzug, dann kannst du ihn überholen und dann klaust du mich. Nice. Ah, ich stelle mal so ein bisschen. Das ist gelacht, das ist ja. Yeah. Geil, Scheiße. Gut auf sein Langdien. In Richtung des Sterns. Ich habe nicht ganz verstanden, was an dieser Karte jetzt gruselmäßig sein soll. Ich sehe da keine Geister. Der Behinderte. Der was? Der Behinderte. Der behinderte Stein. Bitte keine bösen Kommentare, wir sind für absolute Barrierefreiheit. Ja. Mentally-Challenge. Ich habe über Steine gelebt. Wenn ich bitten darf. Du musst aber auch sagen, der Stein hat besondere Bedürfnisse. Ja. Ja. Äh. Ja. Ja? Ja, stellen wir gerade aus, aber wir haben beide keine Patte. Guck mal nach links, kommst du nur mit dem Schlüssel. Ja. Ich glaube hier. Pfiff, oder? Pfiff. Ich mache noch mal eine Ehrenrunde hier, weil wir meine Münzen geklaut wurden. Oh, Wallo, Gia. Liedlos. Ich habe da gewonnen. Ey, ooooh. Oh, ja, hab ich den Block gefunden. Tchuu. Klar, 20 Münzen. Noch mehr als 20 Münzen. 20 Münzen. 20 Münzen. Kann ich jetzt mal mit jedem? Äh, sorry. So, spannende Scheiße. Frostigerfahrt. repariere den weg mit eisblöcken der erste der drei blöcke zum wiegen was die weekend ist das ließ sich erst mal bewegen der weg ist gefroren und eisglas aber keine panik lasse vorsicht und unsicht weil ich finde dieses azur hervorgehobene wortgebilde etwas ja wir sind nicht so schön so ich weiß nicht genau was sie machen so ist auch eine sehr schöne das ist nicht mein spiel auch absolut gar nicht ja ich ziehe nach rechts also ich habe nicht sofort rein ich mache die gleichen fehler ich bin wirklich automatisch nur nach rechts man muss zurück und sich noch mal was neues holt die nachfolgenden sendungen verzögern sich um achtunddreißig mindestens ja keiner ich lasse es einfach in dreifacher geschwindigkeit ablaufen so Oh, dieser bekackte Fisch. Meine Fresse! Oh, jetzt läuft ein Zeitlimit ab. Endlich. Oh, jetzt falle ich runter. Komm, draw, draw, draw. Lauf, 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 jetzt mach hin. Oh, schaffe. Danke, danke. Endlich hat es ein Ende. Dann gönne ich dir den Sieger ausnahmsweise mal. Fiel, ne? Welch selten eine Ehre. Auch wenn du davon ziehst, du Arschloch. Bitte? Vorbei mit der Gönnung. Das war ein kurzer Augenblick. Harte Gönnung. Piech. Natürlich, sorry. Das kann ich nicht. Klasse, er macht es nicht mit Absicht, das ist das Witzige daran. Was ist das? Ach so kommt man auch rüber, ohne Skelettschlüssel. Möchtest du auf der Lore fahren? Ich hab dafür nicht genug Geld, das kann ich nicht leisten. Das kostet nur 5. Ja und ich hab 10. Geben. Das kann man nicht so geil sehen. Rechte Besuch von vor. So kommst du auch rüber. Ja, Rolli, platt. Nice. Ja? Schon ganz schön kröse, nicht? Ja, unheimlich. Ah. Musik an, ey. Junge. Neu. Junge, Junge, diese Musik. Kassi. Ich glaub ich kann heute Nacht nicht schlafen. Bestimmt nicht. Ja, dann pils dir ein. Gönnen wir uns auch mal ein? Pils, ja. Was war das? Ich glaub, das war grad wie ne Frage, kein Spiel. Ja, hättest du vielleicht mal lesen sollen quasi. Aber dafür krieg ich so viel. Und ne Zauber, oder? Ja. Kennst du jetzt hier? Wann nicht, dass du da warst? Schade, dass du schon gehen musst. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Du mich auch. Hat er Gönnung. Meine Fresse. Ja, er hat sich bei mir bedankt, dass ich ehrlich war. Sag's nicht. Tschakalaka. Skipp, 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 dass du so ehrlich warst. Okay, das hier bist du ja? Nein. Geht so. Kostas Leiche. Telekauf. Ja. Und Walter Freiwald. Unbedingt. Ein Geldpreis. Stimmt. Gewinne, gewinne, gewinne. Jawoll, jetzt sei doch noch rückwärts, wärts, 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 wärts. Jetzt ist er nicht mehr da. Nee. So, Baralooji. Gib alles. Reicht das? Ich glaube nicht. Oh, ich glaub, der Shirt ist genau da wo du hinkommst. Meinst du? Jawoll! Shit, der burns, ey. Ja, hätte ich gerne, bitte. Danke. Das wäre so witzig gewesen, wenn du einen davor gewesen wärst und ich dir den gemochst hätte. Weißt du, was das Gumba-Feld macht? Das ist, glaube ich, bei das Battle Game. Ah, okay. Das Gumba-Feld, das Gumba-Antrieb. Das Gumba-Antrieb. Das Gumba-Antrieb. Das Gumba-Antrieb. Oh, dicht verband mit Wombat. Wombat. Wombat, ja. Das ist nett. Ja, darf ich den jetzt auch bitte nutzen? Nee. Ah, wie unfass ist das denn? Das ist echt fies. Ja, ich krieg dir einen Kackvogel oder was? Wollt ich mal gut beantworten meine Frage? Ja, jetzt eine Eiche. Ja, klar. Du sagst, ich war heute das Magie hier. Danke. Das ist Bowser-Telefon, da ist es. Ja, voll. Bis später. Danke dir, Geule. Warte auf den Chor. Alle blauen Räumen, guck mal. Wie immer, ne? Es wird wieder spannend. Wollt können wir, fake. Nice. Das hört sich gut an. Wenn es besser ist als Torpedoschlacht, bin ich zufrieden. Ich will noch mal Eis laufen. Okay, fehlt jetzt ein Bildschirm. Dich in den Flieger. Er trägt zwei Raketentypen. Schieße deine Gegner vom Himmel. Lenken mit dem Steak, beschleunigen mit A, bremsen mit B und mit Z abfeuern. Du kannst einen Kugel-Win abfeuern, indem du Z gedrückt hältst. Okay. Läuft. Na dann. Wie war es nochmal dein Map oder so? Alter, aber einfach ein Schiff. Damit ist das ja auch wie eine Map, oder? Ja. Ich sehe gar nichts, hier fliegen einfach nur tausend Kugeln. 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 Auch noch mal einer. Das war schlecht. Wie, steck mal hier. Niemand, Beschleuniger. Schifte. Schifte ist nicht. Meine Fresse, das ist ein gruseliges Spiel. Ich gucke mal, wenn man den Rand berührt. Ah, ne, da verliert man aber kein Herz. Ja, meine Herren. Ja, gut wie am Arsch. Danke, Jungs. Was war ein Futter? Ach, jetzt weiß ich, was gruseliges ist. Das scheiß Spiel hier. Star Fox Zero and Infinity Vision. Ja. Tja, wir gehen alle leer aus. Guck, dass ich mich frühzeitig aus dem Spiel verabschiedet habe. So musste ich nicht bis zum Ende ertragen. Das waren gerade 60 Sekunden meines Lebens, die ich nie wieder kriegen werde. Echt nicht.